ein kurzes hallo und willkommen ich wollte einfach nur noch mal kurz erwähnen dass ich so bis mai irgendwann creativerse erst mal pausieren werde weil ich einfach nicht hinterher komme mit dem aufnehmen und mir auch gerade ein paar bauideen fehlen ich habe im moment zehn stunden unterricht am tag fast die ganze woche außer donnerstag habe ich nur acht juhu ich muss irgendwie mit meinem haushalt auch hinterher kommen und dann müssen oder muss ich für die ganzen klausuren lernen die dann ja irgendwie dann auch immer mal anstehen und ich schaffe es einfach nicht und habe dann auch keine lust wenn ich dann abends irgendwann mal nach hause kommen dann noch irgendwelche youtube videos aufzunehmen und werde mich auch so ein paar projekte beschränken und ja von creativerse gibt es ja schon einige folgen deswegen wird jetzt erstmal pausiert und im mai wenn das dann vielleicht ein bisschen spannender ist alles wird es dann weitergehen erst mal nur zur info und ja bis dann